Ja, hey Leute, der Kenji heute mit dem Video zu den Klassen in Battlefield 4, von denen es vier Stück geben wird. Zum einen den Sturmsoldaten, den Pionier, den Versorger und natürlich den Aufklärer bzw. den Sniper. Heute speziell beschäftigen wir uns mit dem Sturmsoldaten oder Assault, denn es ist eine sehr einsteigerfreundliche Klasse und man kann ihn in zwei verschiedene Richtungen ausrüsten, was wirklich sehr interessant ist. Doch zuerst einmal die Hauptwaffe. Als Sturmsoldat kann man aus vier verschiedenen Waffenklassen auswählen. Zum einen die Karabiner, die Shotguns, die Autosniper und natürlich die klassenspezifischen Waffen, die Sturmgewehre. Die AK-12 ist wirklich bei den Sturmgewehren die beste Wahl, die man treffen kann. Mit rund 600 Schuss pro Minute ist sie im Nahkampf sehr gut, aber auch auf weiter entfernte Ziele kann man mit dieser Waffe sehr genau schießen. Als Visier kann man hier natürlich Ironside verwenden, welches wirklich sehr gut ist bei der Waffe. Man kann aber auch das Cobra Visier nehmen, was doch das Ganze um einiges erleichtert, da man dann in der Mitte einen schönen roten Punkt hat und drumherum etwas freie Fläche und so seinen Gegner sehr leicht treffen kann. Als zweites kann man dann den Laser draufschrauben. Ich persönlich habe es aber nicht gemacht, denn ich werde einfach viel zu oft von Gegnern erkannt, weil ich den Laser anhab und vergessen habe, ihn auszuschalten. Außerdem ist der Effekt, den dieser Laser bringt, dass man besser aus der Hüfte trifft, so gering, dass man ihn eigentlich auch weglassen kann und damit sicher geht, dass man nicht so schnell erkannt wird. Für den Lauf haben wir dann einen Muscle Break und der ist dafür da, den Rückstoß eurer Waffe zu reduzieren. Nachteil dabei ist aber, dass eure Kugeln auf Entfernung weniger Schaden machen, das heißt ihr braucht mehr Kugeln, um den Gegner zu töten. Da bei der AK-12 jetzt aber der Rückstoß quasi gerade nach oben geht, könnt ihr den eigentlich auch weglassen, denn der Rückstoß ist sehr einfach zu kontrollieren und lieber habt ihr dann den mehr Damage der Kugeln, anstatt dass ihr ein bisschen weniger den Recoil beherrschen müsst. Wenn ihr allerdings neu zum Beispiel auf dem PC seid und auch sehr mit dem Recoil zu kämpfen habt mit der Maus, dann kann man ruhig diesen Muscle Break drauf machen, dann tut ihr euch auch ein bisschen leichter mit dem Zielen. Als Viertes und Letztes können wir dann entweder einen ergonomischen Griff auswählen oder eben eine Unterlaufschiene. Die Unterlaufschiene ist dafür da, der könnte zum Beispiel einen M320 hinhängen, dann müsst ihr nicht Waffe wechseln, sondern dann wechselt der sozusagen einfach nur den Modus der Waffe. Hier empfieße ich es aber den ergonomischen Griff mitzunehmen, denn das bisschen Recoil, das die Waffe hat zur Seite, lässt gleich dieser Frontgriff aus und somit ist die Waffe eigentlich ideal zu beherrschen. Ihr könnt dann natürlich auch eine Zweitwaffe auswählen für euren Sturmsoldaten. Welche ihr da nehmt, ist relativ egal. Ich nehme in der Regel die M9, da mir die besser gefällt, aber das mag jedem selbst überlassen sein. Als nächstes hat dann der Sturmsoldat zwei Slots mit Gadgets, die ihr wirklich frei belegen könnt. Das heißt, ihr könnt aus der Liste an Gadgets alle Gadgets auswählen und auf diese zwei Slots verteilen. Das gibt natürlich dann zwei Möglichkeiten. So wie ich dann zum Beispiel immer spiele, ist mit dem First Aid Kit, das ist ein Medi-Kit. Das könnt ihr auf den Boden schmeißen und wenn ihr verwundet seid, dann einsammeln, dann regeneriert ihr euch bis auf 100% und könnt aber auch woanders hinlaufen. Ihr könnt das aber auch euren Teamkameraden, die verwundet sind, einfach zuwerfen. Die nehmen das dann automatisch auf, laufen damit weg und laden auch ihre Gesundheit bis auf 100 HP wieder hoch. Und als zweites natürlich den Defibrillator, mit dem ihr eure Kameraden, die gefallen sind, wieder ins Leben zurückholen könnt und somit natürlich Tickets spart und euer Team stark haltet. Ihr könnt natürlich das First Aid Kit oder auch den Defibrillator austauschen. Gerade in der Beta jetzt macht es Sinn, den Defibrillator auszutauschen, da die Revive-Zeit, wie es ja jetzt bekannt gegeben wurde, viel zu kurz ist. Die sollte eigentlich länger sein. Im Moment macht in der Beta der M26 Mars gerade im Modus Domination einfach mehr Sinn, denn dann habt ihr im Nahkampf eine Waffe, die quasi mit einem Schuss tötet. Und natürlich den M3-20 Granatwerfer, meine ideale Kombination, das First Aid Kit und den M26 Mars für die Nahkämpfe. Gerade oben bei C auf dem Hochhaus kann der M26 Mars wirklich Wunder bewirken. Dann habt ihr noch eine Granate dabei, da habt ihr im Moment nur die M67 Granate. Das ist eine ganz normale Splittergranate, die werft ihr irgendwo hin und dann explodiert sie. Und natürlich ein Messer für die schönen Messeranimationen. Dann gibt es natürlich die zwei verschiedenen Perkbäume, einmal den Defensiven und einmal den Offensiven. Und ich kann beim Sturmsoldaten nur empfehlen, den Offensiven zu nehmen. Zumindest wenn ihr mit dem First Aid Kit spielt, denn dann könnt ihr euch zum einen selber heilen und könnt dadurch sehr aggressiv spielen. Und da helfen euch natürlich dann solche Perks wie Sprint, zwei Granaten und so weiter. Und das war es jetzt auch schon zum Sturmsoldaten. Zumindest was die Ausrüstung betrifft, bleibt eigentlich nur noch übrig, was mache ich mit dem Kerle auf dem Schlachtfeld. Und da der Sturmsoldat so gut wie nichts gegen Fahrzeuge machen kann, außer jetzt mit seinem M320, aber den Schaden, den er dabei raushaut, ist auch ziemlich gering. Deswegen empfiehlt es sich eher den Sturmsoldaten auf Maps dann grundsätzlich zu spielen, die wenig Fahrzeuge haben oder eben viele Plätze haben, in denen Fahrzeuge schlecht hinkommen. Das geht auf Siege of Shanghai ziemlich gut, gerade der C-Punkt entweder auf dem Hochhaus oder in den Trümmern, da ist der Sturmsoldat wirklich ideal besiedelt. Oder eben auch der D-Punkt bei Siege of Shanghai. Deswegen eher auf Maps spielen mit weniger Fahrzeugen oder eben in Bereiche gehen, wo es wenig Fahrzeuge gibt, denn er kann eben wenig dagegen machen. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen, ihr habt ein bisschen was dazugelernt, bzw. konntet euch informieren, was denn genau der Sturmsoldat ist, was er macht und für was er eigentlich da ist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn es dann weitergeht mit dem Pionier, dem Recon oder dem Supporter, dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr wollt. Und in dem Sinne, adewa shi.